Die riesige Stadt schien verrückt zu werden. Alle rannten, hetzten, drängelten und schubsten. Keiner beachtete das kleine Mädchen, das vor dem Laden stand. Sie wurde ignoriert, als ob sie nicht existierte. Sie konnte nicht schreien, konnte nicht um Hilfe bitten, weil sie einfach nicht sprechen konnte. Das stumme kleine Mädchen, das an einem einzigen Tag seine Stimme verloren hatte, konnte immer noch hören. Nur half ihr das nicht viel. Sie schüttelte den Kopf und erkannte, dass sie ihren großen Bruder für immer verlieren könnte, der in der Menschenmenge verschwunden zu sein schien. Sie stand da und wusste nicht, wohin sie gehen sollte. Sollte sie überhaupt gehen? Sollte sie nicht einfach dastehen, bis ihr Bruder sie gefunden hatte? Oder sollte sie vielleicht doch die Polizei suchen? Sie wusste nicht, was sie tun sollte. Baby, was machst du hier draußen ganz allein? Ach, Kleines, komm mit mir, komm mit mir, sagte die Frau gutmütig und führte sie aus der Menge heraus. Du sprichst nicht? Verstehst du mich? Gut, du bist also stumm, aber du hörst alles. Das ist gut, damit können wir umgehen. Lass uns zu meinem Auto gehen. Wir fahren zuerst zu mir, dann bringe ich dich zur Polizei und wir suchen deine Mutter und deinen Vater. Das Mädchen folgte der Frau gehorsam. Sie fluchte, als sie sich einen Weg durch die Menschenmenge bahnte, die immer wieder vorbeikam. Das Mädchen setzte sich in die offene Tür und blieb sitzen, ließ die Füße baumeln und sah sich um. Das Mädchen konnte sich nicht losreißen. Der Mann schnallte sie an und fuhr los. Sie fuhren viel länger, als das Mädchen gehofft hatte. Die Stadt war verschwunden. Der Platz wurde von endlosen Feldern und Waldgürteln eingenommen, von einigen Dörfern und Weilern. Schließlich bogen sie auf eine kaputte Straße ab. Das Auto holperte über die Schlaglöcher, was dem Mädchen sehr unangenehm war. Aus irgendeinem Grund fürchtete sie sich so sehr, dass sie sich automatisch die Ohren mit den Handflächen zuhielt. Sie war erleichtert, als sie nichts mehr hören konnte. Aber jetzt war die Straße wieder glatt, und sie beruhigte sich ein wenig. Die Frau lächelte gutmütig und zwitscherte immer wieder ein paar beruhigende Worte, aber sie erweckte in dem kleinen Mädchen kein Vertrauen mehr. Irgendetwas an der Frau schien gefährlicher zu sein, als es auf den ersten Blick aussah. Sie fuhr den Wagen in den Hof und schloss das große Tor. Das Mädchen stieg aus und merkte, dass sie nun in der Falle saß. Die Frau, immer noch mit einem gespielten Lächeln, begleitete sie ins Haus. Komm, setz dich hin, ich gebe dir ein Blatt und einen Stift, und du schreibst mir deinen Namen. Während du schreibst, werde ich das Essen aufwärmen, sagte die Frau. Sie wärmte die Suppe auf und sah das Mädchen an, das sorgfältig etwas auf ein Blatt Papier schrieb. Sie nahm das Blatt und lass. Mein Name ist Rita, und ich muss dringend nach Hause. Mein Vater und mein Bruder werden nach mir suchen. Sie brummte und sagte dann, Rita, du wirst jetzt nicht nach deinem Vater und deinem Bruder suchen, sondern nach mir. Du wirst nicht mehr zu deinem Vater und deinem Bruder gehen. Sie haben dich nicht lieb. Sie haben dich absichtlich dort auf der Straße zurückgelassen, damit du dort vor Hunger und Kälte stirbst. Und nein, ein Stück Papier muss man sich verdienen. ISS Die Frau ging in ein anderes Zimmer und ließ das Mädchen allein zurück. Das kleine Mädchen erkannte, dass es noch schlimmer war, als sie dachte. Sie war nun schon seit drei Tagen im Haus der Frau und stellte sich vor, wie ihr Vater und ihr Bruder verrückt wurden, um sie zu finden. Und die ganze Zeit über ist sie in einem hinterweltlehrischen Dorf, wo niemand nach ihr suchen wird. Selbst in ihrem Alter war der kleinen Margarita klar, dass ihre Lage fast hoffnungslos war. Aber die Frau konnte sie nicht ewig hier behalten. Rita musste zur Schule gehen, Reitstunden nehmen und allgemein ausgehen. Bislang dürfte sie nur im Hof spazieren gehen, aber der war sehr klein. Sie saß stundenlang draußen oder weinte, wenn die Frau wegging. Aber heute hatte sich etwas geändert. Hanna rief eine Freundin zu sich und die beiden tranken etwas. Die Frauen saßen in der Küche und diskutierten über alles Mögliche, von Männern bis hin zu einer neuen Fernsehserie. Mein Kumpel hat mich gestern angerufen. Er sagte, wir sollten zusammen tanzen gehen. Vielleicht klappt es ja, sagte Hanna und sprach diese Worte arrogant aus. Und ich habe ihm gesagt, du gehst zu deiner Süßen. Du bist zu deinem hübschen Mädchen gegangen, also bleib dort. Ich habe hier eine Familie, ein Kind übrigens. Nun, Hanna, du bist wirklich gut. Du hast ein dummes Mädchen aufgegabelt. Wozu brauchst du sie? Was hast du mit ihr vor? Solange es dir Spaß macht, mit ihr zu spielen wie mit einem Kätzchen. Füttere sie, gib ihr zu trinken, lass sie im Garten spazieren gehen und geh nach Hause. Aber sie ist kein Kätzchen, sie wird erwachsen werden. Und zur Schule gehen und ein normales Leben führen. Und außerdem, falls jemand nach ihr suchen sollte. Weißt du, was ich an deiner Stelle tun würde? Ich würde sie mitnehmen und in der Stadt zurücklassen. Damit sie sich selbst versorgen kann. Du kannst Leon nicht entkommen lassen. Er ist ein guter Mann. Weißt du, nach 30 ist jedermann gut genug. Solange du nicht allein bist, sagte ihre Freundin und nahm sich ein weiteres Häppchen vom Teller. Das Mädchen hörte ihrem Gespräch zu und dachte, dass es besser wäre, wenn diese Frau sie wirklich in der Stadt lassen würde. Sie waren erst vor einer Woche in die Stadt gezogen. Das Mädchen war noch nie weiter als bis zu ihrem Hinterhof gekommen. Sie wusste nur nicht, wie sie nach Hause kommen sollte. Aber lieber wanderte sie durch die Stadt und suchte einen Ort, an dem sie um Hilfe bitten konnte, als in Angst auf das Ende ihrer Gefangenschaft zu warten. Ich meine es ernst. Leon wird merken, dass du beschäftigt bist und zu einer anderen Frau durchbrennen. Was willst du dann tun? Hanna, werde diesen Bettler los und fange mit deinem Leben an, sagte ihre Freundin. Sie gingen erst spät am Abend nach Hause. Hanna setzte sich auf einen breiten Sessel und sah das Mädchen an. Rita schrieb auf das Blatt, bring mich bitte nach Hause. Doch die Frau schüttelte ablehnend den Kopf. Sie wandte sich ab und starrte auf den Fernseher. Dann sagte sie. Ich kann nicht mehr. Wenn ich sie nach Hause bringe, werden sie allen erzählen, dass ich sie gestohlen habe. Und die Polizei wird mich erwischen und in den Knast stecken. Ich bin zu jung, um ins Gefängnis zu gehen. Geh raus und spiel im Hof. Sagte die Frau und ging in die Küche, um noch etwas zu trinken. Das Mädchen ging hinaus und setzte sich auf ihre Lieblingsbank. Irgendwo am Horizont waren Wolken zu sehen. Rita spielte mit den Blättern, die sie von den Weintrauben pflückte. Es gab hier nichts anderes zu tun. Draußen wurde es dunkel. Es begann zu regnen. Das Mädchen ging zum Haus, aber es war geschlossen. Sie klopfte an die Tür und an die Fenster. Aber es war sinnlos. Sie blieb die ganze Nacht draußen, wo es in Strömen regnete und ein ungeheurer Wind wehte. Es gab keinen Platz zum Verstecken. Stecken. 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 Das schlechte Wetter war schrecklich. Das Mädchen weinte, schlug um sich und rief um Hilfe, aber niemand half ihr. Und die Entführerin schlief tief und fest in ihrem Zimmer. Erst am Morgen wachte sie auf und begriff endlich, was sie getan hatte. Sie rannte nach draußen, hob das Mädchen auf die Arme und trug es ins Wohnzimmer. Margaret war ganz heiß. Hannah wurde klar, dass sie ein solches Fieber nicht allein bewältigen konnte. Das Thermometer zeigte eine hohe Temperatur an. Es gab keine andere Wahl. Sie rief einen Krankenwagen und bestellte ein Auto. Ein Mann kam mit einem Koffer an. Das Mädchen war bereits umgezogen. Hannah hatte ihr sogar die Haare getrocknet, damit die Wahrheit nicht ans Licht kommt. Die schreckliche Wahrheit über ihr vergehen. Die Frau tobte, bis der Arzt sie mit strenger Stimme in ein anderes Zimmer hinauswarf. Das Mädchen schrieb im Wahn auf ein Blatt Papier, dass Hannah nicht ihre Mutter sei, dass sie entführt worden sei und dass sie aus der Stadt stamme. Der Arzt wurde blass, als erlass, was sie geschrieben hatte. Er gab ihr eine Injektion und wartete, bis die Wirkung eintrat, wobei er die Frau in regelmäßigen Abständen aus dem Zimmer schickte. Der Arzt bemerkte, dass ihre Temperatur allmählich sank. Stimmt das? fragte der Arzt. Das Mädchen nickte. Und Tränen erschienen in ihren Augen. Sie machte deutlich, dass sie stumm war, aber sie konnte hören. Der Arzt nickte, drückte sanft ihre Hand und erhob sich dann von der Liege. Er wandte sich an die Frau. Der Zustand ist instabil. Ich habe die Temperatur gesenkt, aber das ist nur vorübergehend. Wir müssen sie in ein Krankenhaus bringen. Oh, das tun sie bestimmt nicht. Das werde ich nicht zulassen. Die Frau regte sich über die Situation auf. Plötzlich wurde sie rot vor Wut. Ihre Stimme begann in einen Schrei auszubrechen. Wissen Sie was, Hannah, und zeigen Sie wenigstens ein Dokument, das die Identität des Mädchens belegt, sagte der Arzt. Aber die Frau packte ihn an den Brustmuskeln und schubste ihn buchstäblich auf die Straße hinaus. Sie packte das Mädchen und schüttelte es wie einen alten Sack Spielzeug. Die Frau rannte los, um ihre Sachen zusammenzupacken, als sie den Krankenwagen wegfahren sah. Sie haben kein Recht. Sie haben kein Recht. Schrie sie, zog den Koffer buchstäblich mit einer Hand herunter und zerrte das Mädchen. Nein, du kommst mit mir. Steig ins Auto, schnell. Ich sagte, steig ein. Schrie die Frau und schubste das Mädchen hinein. Aber sie war durch ihre Krankheit so geschwächt, dass sie sich nicht mehr wehren konnte. Plötzlich sank sie in sich zusammen, und ihre Augen wurden wieder trübe. Offenbar war das Fieber wieder angestiegen. Hannah setzte sich hinter das Steuer, startete den Geländewagen und fuhr mit halsbrecherischer Geschwindigkeit in das Tor. Sie trat auf das Gaspedal und flog die Straße hinunter und holperte. Sie wollte so schnell wie möglich aus dem Dorf herauskommen. Das Wichtigste war jetzt, zu verschwinden. Aber ihre Pläne sollten nicht in Erfüllung gehen. In diesem Moment rasten zwei Polizeiautos vor ihr her, und Hannah trat auf die Bremse. Sie wurde verhaftet. Das Mädchen erinnerte sich nur noch daran, wie der Arzt aus dem Polizeiauto stieg, die Tür öffnete und ihren geschwächten Körper buchstäblich aufhob. Rita wachte im Krankenhaus auf. Sie erkannte sofort, wo sie sich befand. Helle Wände, schneeweiße Bettwäsche, ein Metallbett mit Handläufen. Neben ihr stand ein riesiger Strauß Pfingstrosen, die sie sehr liebte. Das konnte nur eines bedeuten. Papa wusste, wo sie war. Sie hatten also ihre Familie gefunden. Das Mädchen versuchte, auf dem Bett aufzustehen, aber sie war zu schwach. Sie schloss die Augen und fiel wieder in den Schlaf. Sie wachte durch die leichte Berührung der Handfläche ihres Bruders auf. Es tut mir leid, Rita, es tut mir leid. Ich habe dich verloren. Ich bin zurückgekommen, um dich zu suchen, ich habe die ganze Straße abgesucht, aber ich konnte dich nicht finden. Es tut mir so leid für dich, sagte er. Man konnte die Tränen in seinen Augen sehen. Sie lächelte und ließ ihn wissen, dass sie nicht beleidigt war. Sie deutete an, dass sie ihn vermisste. Der Junge, nur drei Jahre älter als sie, lächelte zurück. Papa redet gerade mit dem Arzt, er will dich nach Hause bringen. Der Arzt hat gesagt, dass dich eine verrückte Tante gestohlen hat, die jetzt bei der Polizei ist und dass du in Sicherheit bist. Das Mädchen nickte als Antwort auf die Worte ihres Bruders. Doch dann wurde ihr Lächeln noch breiter, als ihr Vater den Raum betrat. Ein breitschultriger Mann mit einem weißen Morgenmantel um die Schultern. Er war so glücklich, sein kleines Mädchen lebendig und gesund zu sehen. Es tut mir leid, Rita, dass ich dich und deinen Bruder nicht retten konnte. Ich bin gleich bei dir und dann gehen wir nach Hause. Der Arzt sagte, wenn du die Injektionen rechtzeitig bekommst, kannst du abgeholt werden. Er lächelte und streichelte ihren Kopf. Wir gehen jetzt, holen deinen Lieblingskuchen und machen uns einen Cartoon-Abend. Einverstanden? Das ist gut. Er sammelte die Sachen seiner Tochter ein, half ihr auf und führte sie zum Auto. Sie setzte sich und starrte aus dem Fenster, wobei sie nicht nur durch den Gurt, sondern auch durch den Kindersitz zurückgehalten wurde. Sie sah, wie ihr Vater dem Arzt, der sie gerettet hatte, einen dicken Batzen Geld zusteckte. Der Mann hatte zuerst gezögert, aber dann hatte er es genommen. Er winkte dem Mädchen zum Abschied, und sie winkte zurück. Sie lächelte und dankte ihm im Geiste dafür, dass er sie gerettet hatte. Es hätte so anders sein können. Es hätte ihn einfach nicht interessieren können. Und diese Tante hätte sie mitten ins Nirgendwo gebracht. Das Auto fuhr los. Sie hielten ein paar Mal an verschiedenen Geschäften, und jetzt waren sie auf einem Hof mit einem großen Haus. Ein richtiges Familienanwesen. Der Bruder half seiner Schwester aus dem Auto und ging mit ihr in das Haus. Sie hielt seine Hand fest und hatte Angst, sie jetzt loszulassen. Der Mann sah die Kinder an und verfluchte sich dafür, dass er damals nicht auf sie aufgepasst hatte. Und wer konnte schon ahnen, dass eine Verrückte ein stummes Mädchen stehlen und ihre Schwäche ausnutzen wollte. Er versprach sich selbst, die Kinder nicht mehr unbewacht zu lassen. Der Mann holte die Taschen aus dem Auto und ging ins Haus, um endlich Zeit mit seiner Familie zu verbringen, denn nach dem Tod seiner geliebten Frau hatte er niemanden mehr auf dieser Welt. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Abonnieren Sie unseren Kanal. Alles Gute für Sie. Für Sie. Für Sie. Für Sie. Für Sie. Für Sie.